Erling Haaland stellt einen Rekord nach dem anderen auf. Im November wird er gegen Hertha BSC der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte, der in einer Partie vier Tore schießt. Der rasante Aufstieg eines Millenials, so ist Haaland zum Shootingstar der Bundesliga geworden. Geboren im Juli 2000 in England, Leeds. Was macht ein Norweger denn da? Na klar, Fußball spielen. Vater Alf Inge Haaland wechselte damals gerade von Leeds United zu Manchester City. Das Fußballtalent hat der junge Erling also seit Geburt im Blut. Das Musiktalent hingegen? Naja. Tja, da guckste. Zum Glück hat er sich dann auf den Fußball konzentriert. Als Fünfjähriger fängt Erling Haaland im Nachwuchsbereich des norwegischen Brüner FK anzukicken. Der Legende nach soll er sich vor seinem ersten Training hier selbst vorgestellt haben. Von Anfang an hat er hier immer den Durchblick. Auch bei seinem Debüt für die norwegische U15, es scheppert direkt zwei Tore gegen Schweden. Auf Vereinsebene geht's dann weiter beim Erstligist Molde FK. Anfangs nur Ersatzspieler, aber Haaland macht auch hier eine gute Figur. Mit extra Punkten in der B-Note. Spätestens 2018 avanciert Haaland dann zur Stammkraft in der Offensive und zur Freude. Ehemalige Teamkollegen berichten heute, all das hatte viel weniger mit Fleiß als mit purem Talent zu tun. Und, na gut, vielleicht auch mit einer richtig guten Physis. Schnelligkeit und Stärke gleichzeitig wie kaum ein anderer. 1,94 Meter fast 90 Kilogramm in Sekunden auf Topspeed. Kurz durchschnaufen, dann verlässt Haaland den Klub im Januar 2019 Richtung RB Salzburg. Aufgepasst, Heiland Haaland ist da. In seinem ersten Champions-League-Spiel schießt Haaland beim 6 zu 2 gegen Genk drei Tore. Damit ist er mit 19 Jahren und 58 Tagen hinter Wayne Rooney und Raoul der drittjüngste Spieler, der in der Königsklasse einen Dreierpack erzielt. Haaland wirkt bei Red Bull Salzburg nun ja, wie beflügelt. Nach 22 Pflichtspielen für Salzburg mit 28 Toren und 7 Assists ist dann aber auch mal gut. Top-Klubs aus ganz Europa jagen den Norweger. Haaland entscheidet sich für die Bundesliga und wechselt im Januar 2020 zu Borussia Dortmund. In seinem ersten Spiel schießt er direkt drei Tore. Rekordstart gegen Augsburg und, damit nicht genug, Doppelpack im zweiten Spiel gegen den FC. Fünf Tore, in zwei Spielen der nächste Rekord. Unterm Strich fünf Tore in nur 57 Minuten Spielzeit. Das ist Rekord Nummer drei. Seitdem trifft er und trifft und trifft und hört einfach nicht mehr damit auf. Läuft bei ihm. BVB-Boss Aki Watzke spricht sogar von einer Naturgewalt. Nach 22 Spielen in der Bundesliga hat Haaland heute 23 Tore auf dem Konto. Das hat vor ihm noch niemand geschafft. Rekord Nummer vier. Im Schnitt trifft er in der Bundesliga alle 71 Minuten ins Tor. Zum Schreien. Haben wir noch was vergessen vor lauter Toren? Ach ja, Eminem hätte gerne noch sein Outfit von 2001 zurück, lieber Erling. Und jetzt seid ihr dran. Was glaubt ihr, was kann Haaland mit dem BVB noch erreichen? Wie lange kann der BVB ihn überhaupt noch halten? Schreibt es uns in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal.